Ich finde die Musik einfach zu geil, deswegen muss ich immer abgehren dazu. Willkommen zurück zum Party Animals. Ihr habt euch mehr gewünscht und dann machen wir auch mehr. Aber was ihr vor allem gewünscht habt, ist, dass wir es im Livestream spielen werden. Und das werden wir auch. Das verspreche ich euch. Wir werden es auch auf jeden Fall mal im Livestream spielen, um zusammen mal richtig Spaß zu haben. Aber jetzt am Wochenende habe ich wenig Zeit zum Streamen. Deswegen noch ein dritter Part ohne euch. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir auch die Tatsache, dass ich verpeilt habe, dass dieses Spiel eigentlich im Xbox Game Pass enthalten ist. Und ich es mir trotzdem auf Steam gekauft hatte. Deswegen habe ich es jetzt auf Steam zurückgegeben. Als Fehlkauf sozusagen. Ich hoffe, es wird auch anerkannt, weil ich habe ja weniger als zwei Stunden gespielt und direkt am gleichen Tag noch zurückgegeben. Und habe es mir jetzt auf der Xbox nochmal runtergeladen. Und hier jetzt nochmal auf Stufe 3 mich hochgelevelt. Keine Sorge, ich habe nichts gespielt, was ich nicht schon gespielt habe. Also, das heißt, mit euch wird das jetzt hier Live-Reaction sozusagen von neuen Spielmodi, die wir vielleicht noch nicht kennen. Und das wollen wir mal rausfinden. Nehmen wir auf Quick-Match-Geele. Ich mache Start-Match. Ihr seht schon hier an der rechten Seite. Finish 4-Games-Solo. Ich habe eigentlich zwei Games gefinisht. Oder? Ne, stimmt, das war nur eins. Ich wollte es gerade sagen. Ne, stimmt, das war wirklich nur eins. Aber das habe ich halt gewonnen. Das war wieder das Zugspiel. Oh, wofür bin ich? Das kenne ich noch nicht. Winter is coming. Was? Okay, was ist das? Carry candies back to base to earn points. Oh, Süßigkeiten tragen. Aber was ist, wenn ich die jetzt zwischenzeitlich einfach aus Versehen mal esse? Kriegt man dann Punkte Abzug? Ach, und dann musst du wirklich... Alter, okay. Und dann musst du sie wirklich runterlassen. Was? Some people will play dead? Warum sollten sie tot spielen? Können sie noch nicht mitmachen. So, wen nehmen wir heute? Wir haben den Hasen das letzte Mal genommen. Ich will mal den Gorilla nehmen. Ich finde den so süß. Der guckt so, wie ich mich fühle, wenn alles nicht richtig geht. Kann ich mich auch mal Arsch kratzen eigentlich? Ich will mich auch mal Arsch kratzen. Kratze dich auch mal am Arsch. Eww. Okay, ich mache ein bisschen Gymnastik. Ist bei dem Gewicht vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich denke ja nur an meine Gesundheit. Und ich sehe doch ein bisschen füllig aus. Wir haben drei Gorillas übrigens, ne? Vielleicht sollte ich doch jemand anderen nehmen. Ne, komm. Nein, komm. Es ist die Gorilla Challenge. Wobei, ne, eine hat schon umgeendet. Ich bin so froh, wenn wir das mal zusammenspielen können, ne? Das wird so lustig. Und vor allem so... Der Hass wird so real. Der Hass wird so real sein. Das mache ich auch so. Weil ihr mich die ganze Zeit fertig macht. Okay, zwei Gorillas in einem Team. Sehr gut. So, wo sind die Süßigkeiten? Komm her, hier. Ich brauche Süßigkeiten. Oh, schneller laufen. Hier, genau. Und... Ja, ja, komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Lass meinen... Nur weil ich das schwarze Süßigkeiten-Ding. Das schmeckt halt nach Cola. Das schmeckt viel besser als die anderen. So, jetzt hier, komm. Wo muss ich das jetzt hinbringen? Da ist mein Ziel. Hier, ne? Genau, so. Und jetzt pull ich. Haben die einen Punkt? Ich habe einen Punkt gemacht. Juhu. Okay, warte. Ich will auch zwei mitnehmen. Ich will auch zwei mitnehmen. Warte, hier so? Ja, gut. Dann nehme ich auch einen mit. Kann ich jetzt hier... Nein, nein, nein. Oh, ey, du Arsch. Der will immer die dunklen Bonbons haben. Was ist los mit ihm? Oh, oh, oh. Alter, den will ich. Den will ich. Komm, den nehmen wir beide. Komm. Alter. Nein, nein. Geh mir den... Ich will den Riesen-Gubi-Bärchen. Das Riesen-Gubi-Bärchen. Geh mir her jetzt. Nein, nein. Schnell, schnell, schnell. Ich nehme es mit. Leute, ich habe ihn. Ich habe ihn. Haltet ihn auf. Genau, schnell, schnell. Haltet ihn... Ach, Leute. Haltet ihn doch auf. Ich kann nicht aufstehen. Schnell. Gummibärchen. Schnell. Achso, ups. Ja, okay. Äh, komm, dann machen wir das anders. Äh, ich traue der Sache nicht hier. Komm, bevor wir gar keine Punkte mehr kriegen, nehme ich zur Not nochmal ein normales Gummibärchen mit, ne? Ey. Boah, was für ein Sack, ey. Okay, warte. Wenigstens haben wir noch einen Punkt gemacht und schnell laufen. Ja, also ich sorge jetzt für Punkte, Leute. Alter, kannst du mir... Also dieser Elch geht mir voll auf den Sack. Nur weil gerade nicht Weihnachten... Äh... 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 Entschuldigung, aber es war halt so. Nur weil gerade nicht Weihnachten ist, kann ich nichts für. Oder fliegen da nicht die Elche rum? Ne, das waren Rentiere, ne? Ist doch fast das Gleiche. So. Guck mal, wir haben Punkte gemacht. Weil ich so, weil ich so umsichtig bin. Die, die, die kabbeln sich immer noch um den Großen. Ich hab's verstanden. Guck mal. Guck mal. Ne, Ruhe. Geh weg. Alter. Nur weil... Die haben den Großen gekriegt. Die haben voll viel Vorsprung, Leute. Nur weil ihr euch die ganze Zeit mit dem Scheiß beschäftigt. Ich hab hier die Punkte gemacht. Ich bin der Süßigkeiten-Man. Ich bin der Candy-Man. So, guck mal hier. Einen können wir noch dazunehmen. Ich soll... Ich... Wir kriegen das noch. Dank mir kriegen wir das noch hin. Ich bin fest davon überzeugt. Äh, wieso geht das nicht? So, jetzt. Das geht nie mehr. Das ist kaputt. Ich hab unsere Maschine kaputt gemacht, Leute. Das war nicht absichtlich. Die ist verklebt von den ganzen Süßigkeiten. Okay, allein ist es ja irgendwie fies mit dem großen Gummibärchen, ne? Oh, da ist das große. Schnell, schnell rein. Ja, ja, komm, komm, komm. Ich mach, ich mach, ich mach. Ja! Aber die anderen ist... Nee, Quatsch. Ah, das... Jetzt, jetzt, jetzt. Komm, 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 komm. Komm. Ja, komm. Das große Gummibärchen rein. Los, 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 los. Ne. Ne. Die Taube muss verprügelt werden. Alter. Voll der Sauerhaufen hier, ey. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen werden, wenn wir das große nicht nehmen, ne? Alter, wie er mich... Das ist immer dieser Elch, ne? Boah, du bist schon echt so ein Agro-Elch. Geh jetzt damit. Alter. Alter. Alter, wie sie mich immer boxen, ne? Die nocken mich immer aus. Ich weiß nicht, wie das geht mit dem Aus... Ich mach jetzt... Wenn ihr das mit dem großen Gummibärchen nicht geschissen kriegt, dann sorge ich wenigstens für Punkte, ne? Guck mal. Da ist schon eine Stange kaputt gegangen. Ja, komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Los, 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 los. Nein. Oh, scheiße. Wir haben wenigstens einen Punkt gemacht. Jetzt rein, 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 rein. Ja, komm, 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 komm. Ja, komm. Pull ihn doch. Pull ihn. Pull ihn. Pull es. Ich bin voll, voll zufrieden gestorben, Leute. Ich bin voll zufrieden gestorben. Los, weiter geht's. Mehr Süßigkeiten. Oh, ich zog hier runter. Schnell, Süßigkeiten. Schnell. Wir brauchen noch ein paar Punkte. Wenn wir uns jetzt konzentrieren auf die kleinen Süßigkeiten, dann kriegen wir es noch hin. Leute, wir müssen uns aber auf die kleinen konzentrieren. So. Ah, sehr gut. Oh, sehr gut. Sehr, 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 sehr. Ah, Mann. Ah, genau. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Warte. Ich pulle. So. Oh, das war gut. Peachy, das hast du super gemacht. Was, die Feed? Scheiße. Ah, Mann. Die anderen haben auch noch ihre Süßigkeiten. Aber es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende noch. Wir haben noch den Großen geholt. Das war nicht super. Alter, macht das Spaß. Das Spiel ist so lustig. Aber wir haben verloren. Warum verliere ich denn ständig hier in diesem Spiel? Wo bin ich denn? Hier bin ich. Man sieht nur noch meinen Arm und meinen Rücken. Ist egal. Ich habe mir mächtig Mühe gegeben, ne? Play again. Ja. Aber es macht so Spaß, die verschiedenen Spielmodi. Ich finde es vor allen Dingen toll, dass es so viele gibt. Bei Fall Guys ist es ja irgendwie... Okay, warte mal, was Neues. Das da kenne ich noch nicht. War das in der Mitte? Kennen wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Ah, das kennen wir schon. Schade. Aber gut. Kann ich mir auch mal wieder gucken, ob ich dann mal wieder überleben kann. Letztes Mal haben wir ja gewonnen mit dem. Ich war voll gut. Ja. Diesmal muss ich mir mehr Mühe geben. Es wurde mir auch in den Kommentaren gesagt. Toffi, du solltest dir unbedingt mal die Steuerung angucken. Ist ganz wichtig, sonst hast du echt keine Ahnung, wie man dieses Spiel spielt. Ja. Jein. Also, ich habe ja das Tutorial versucht zu machen und es ging irgendwie dann nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe bei dem Lollipop-Schlagen. Da ging ja nichts mehr. Und ich kam nicht mehr weiter. Ich weiß ja, dass das Schlagen mit X, das Springen mit Y, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das habe ich jetzt mittlerweile drin. Das Greifen mit ZR, das Schnelllaufen mit ZL. Das sind so Sachen, die jetzt mittlerweile drin sitzen. Nur das mit dem Kopf zum Beispiel. Das mache ich zu selten. Das müsste ich eigentlich auch mal mehr machen, was man mit dem Kopf so, den Leuten eine Kopfnuss gebe. Und die Items verwenden. Das liegt mir irgendwie nicht so richtig. Alter. Ja, klar. Ey. Wie schnell. Ey, Alter, ihr seid so... Guck mal. Darf ich jetzt auch mal wieder aufstehen? Alter, das gibt es doch nicht. Schubel, schubel wieder. Ich kann da gar nichts machen. Okay, dieser Spielmodus gefällt mir ganz und gar nicht. Schon wieder... Sag mal, das... Das gibt es doch... Ich stehe auf. Bäm. Was ist denn das? Alter. Was ist denn das für ein Spiel? Oh, Alter, ihr habt so einen Fisch verdient. Hier. So kann... Wieso kommt mein Fisch nicht? Boah, Alter, ihr seid solche Säcke. Also dieses Einhorn, das kam die ganze Zeit auf mich. Boom, boom, boom. Voll auf die Fresse. Kann ich doch nichts dafür, dass du rosa Haare hast. Geh halt zum Friseur. Oh, echt jetzt, ey. Guck mal, die schaffen das voll. Das sind voll die Pros. Guck mal. Es sind noch beide übrig. Jetzt springt sogar einer freiwillig den Tod. Nur um es mal ein bisschen spannender zu machen. Also gegen die werden wir sowas von abstinken, Leute. Schon wieder. Ah, nee. Jetzt aber. Hier. Ja. Ich konnte nichts machen. Ich habe versucht, alles... Ich bin... Ich habe versucht zu schlagen und zu springen irgendwie. Nichts hat geklappt. Alter, ist das ein kranker Spielmodus. Ich friss Bananen. Meine fliegt immer drüber. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber sie tut es. So, ihr müsst... Ihr müsst... Ihr müsst den... Den It's King da... Den müsst ihr kaputt machen. Der ist scheiße. Nein, It's King. It's King muss runter. Weg, wie auch immer. Äh, hallo? Okay. Sparkly Place? Oder was war das? So, jetzt streng ich mich mega an. Ah, nee. Einfach nur festhalten. Einfach nur festhalten, Leute. So viel zum Thema. Es ist schon wieder dieses scheiß Einhorn, ne? Es ist schon... Ich bin immer bei denen. Warte mal. Ich gehe jetzt mal weg da. Ich gehe jetzt mal weg da. So, ich halte mich jetzt fest. Nein, 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 nein. Tu es nicht. Nein, nicht das Einhorn. Das blöde Einhorn. Geh weg, 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 geh weg. Oh, dieses blöde... Dieser blöde... Ey, du willst auch noch was auf die Fresse? Oh, Alter. Lass mich in Ruhe. Nein! Nein! Voll in die Fresse gehauen. Juckt mir glatt mein Näschen. Alter. Oh, scheiße. Ich brauche nur einen anderen Sichtmodus. Hier. Friss... Friss Banane. Genau. Tarko hält sich wacker. Jetzt können sie halt nichts anderes machen, als hoffen, dass der andere runterfällt, oder? Äh. Alter, wie unfair. Der eine wurde runtergeschlagen von irgendwelchem Item. Das war bestimmt die Teammate. Das ist ein Teammate von ihm. Wie schnell kriegen die das immer hin? Und es ist immer dieses Scheiß-Einhorn! Das ist unglaublich, ey. Geh weg, du blöde Sackssicht, ey. Ich kann nicht aufstehen. Ich komme nicht weg. Jetzt aber. Habe ich gerade mein Teammate geschlagen? Es tut mir leid. Nein, eine Bombe, 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 Bombe! Alter, nein! Nein! Die Bombe! Ich wollte noch weg. Ich bin am Holz festgesteckt. Mein Bein hing fest. Alter, ich habe mein Teammate geschlagen. Es tut mir leid, Einhorn. Aber ich war so aggro auf Einhörner gerade. Das ging gar nicht anders. Oh, mein Teammate ist runtergefallen. Es ist wie der Tarko gegen dieses blöde Kack-Einhorn. Also es ist immer einer von den Roten, die übrig bleiben. Ich weiß nicht, wie die es immer hinkriegen. Die sind zu gut in dem Spiel. Ich will auch was werfen. Hier. Throw things. Hier. Okay, es ist... Die haben gewonnen. Okay, ist okay. Ihr seid die Oberkage geil. Ist mir egal. Ist mir wurscht. Ich will diesen Spielmodus sowieso nicht mehr sehen. Ja, die waren krank. Die waren krank. Da bin ich auch gar nicht ins Bild. Tschüss. Ich gehe. Ich habe die Schnauze voll. Ich gehe. Ihr könnt das ohne mich machen. Da habe ich gar keine Lust auf dem Foto zu sein. Schon wieder verloren. Komm, einmal kriegen wir noch hin. Und diesmal werden wir Haus hoch gewinnen. Ich sag's nicht. Haus hoch. Ich muss mir auch mal schön reden hier. Vielleicht muss ich einen anderen Charakter nehmen. So, ich habe alles noch nicht gespielt. Ich nehme das U-Boot. Das sieht lustig aus. Oh, alle wollen das U-Boot. Taifu. Oder die meisten. Don't get carried away by water and stay alive. Oh Gott, nur noch überleben. Oh, nicht schon wieder. Das ist das Problem. Ich kann nicht überleben, weil die mich immer wegbashen. Und da ist bestimmt das Einhorn wieder dabei. Stimmt. Ich habe die Lobby jetzt nicht gewechselt. Sind die Aggro-Heinzis jetzt eigentlich wirklich noch dabei? Pizzi-Cat? Nee, nee, nee. Tatsächlich sind andere. Jigglypuff. Oh, guck mal. Zwei heißen Player. Das sind bestimmt voll die Noobs. Okay, der Gorilla hat mir kein Glück gebracht. Ich bin jetzt mal die Katze. Keiner würde einer Muschi was zu leide tun. Niemand. Niemand würde das tun. Bin ich die einzige Katze? Ja. Und die Haie sehen aus wie geil. Genau so wie die Sonnenbereunde. Ja, ihr merkt schon, dieses Spiel macht extrem Spaß. Wie gesagt, ich will euch nicht dazu zwingen, irgendwie euch was zu kaufen. Wenn ihr den Game Pass sowieso habt, dann könnt ihr es wie ich machen und es euch einfach runterladen und ein bisschen spielen. Das hatte ich ja damals, nee Quatsch, das war später mit Fall Guys. Später wurde Fall Guys nämlich free to play. Zuerst war es ja kostenpflichtig. Und jetzt mittlerweile ist, meiner Meinung nach, Fall Guys hat einfach so schlecht geworden in der Performance. Also bei mir funktioniert es leider gar nicht mehr. Ich müsste vielleicht auch eine Pitsbox mal anprobieren oder sowas. Oh, warte mal, warte, 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 warte. Oh, warte. Oh. 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 Aua. Nein, nein, nein. Tu es nicht. 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 Ich werde überleben. Oh, 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 oh. Mein teammate ist noch da. Okay, alles klar. Ich treffe die halt auch nicht, ne? Die laufen immer nur im Kreis rum und versuchen uns zu treffen. Was? Jetzt hier, komm. Und weg mit dir. Oh, nein. Oh. Ich habe einen umgebracht. Ja, ich habe einen umgebracht. Du wirst einen Pfeil im Arsch stecken. Oh, komm komm komm. Nein, nein, nein. Oh. Oh, komm komm komm. Nein, nein, nein. Oh. 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 Wo ist der Gegner? Oh, da sind mehrere noch. Oh, da sind mehrere noch. Ich habe dich doch gerade umgebracht. Ich habe dich gesehen. Ich habe gesehen, dass du gestorben bist. Nein. Was machen wir hier? Ähm. Ich will überleben. Wo? Wo? Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh. 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 Ich habe es noch. 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 Ich will nur leben. Ich will doch nur leben. Ich will doch nur leben. Okay, jetzt komm hier. Äh. Äh. aber wir sind zu zweit noch die sind noch zu zweit leute schnell ja genau was mache ich habe jetzt verloren ich bin tot wo sind die gegner ja ja mein kumpel hat es geschafft super aber ich habe mich auch echt angestrengt ich kann mich nicht hoch ich versuche ich versuche mein bestes aber ich komme nicht hoch wo bin ich denn ich sehe mich nicht hallo kann ich bitte ich brauche nur ein rettungshilfe sanitäter david hassenhoff perla anderson irgendeiner ich schaffe es noch warum aber mein teammate ist noch da das ist eigentlich beeinflussen was da oben ich gehe mal zu meinem teammate aber das schafft ja genau wenn du schaffst das rennen so schnell du kannst ja wobei die rennen muss man ja nicht aufpassen dass man hier nicht runter fünscht oder kann aber super klettern schon wieder die beiden zum schluss vorhin war das auch mit und er aber wenn du schaffst du bist so gut ich hoffe ich bin so froh um dich in meinem team zu haben wer hat den scheiß fisch geworfen ok es ist ein otter die stehen auf fisch ne glaube ich aber da hinten er säuft der andere ja wenn du bist so geil wenn ich liebe dich guck mal wie er sich das freut alter jetzt knutscht er erstmal mit dem ding ok sehr gut ren das hast du toll gemacht applaus für ren aber der klettert sogar noch bis nach ganz oben kannst du dich mal daran festhalten wieso genau ja genau alter du warst voll drauf renn ok jetzt mach keinen fehler jigglypuff lebt auch noch nein 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 oh gott alter renn du bist so geil ich liebe dich so jetzt aber oh alter so und alter nein 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 lass mich 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 warte ich geh mal hier hoch ich versuche jetzt auch mal zu klettern mehr sollen die sich da unten erstmal die köpfe einschlagen ich klettere jetzt es ist nicht ganz einfach das klettern aber wir müssen ja früher oder später sowieso hier hoch also von dem her gar nicht so eine schlechte idee jetzt hier hoch zu gehen geschafft ich bin der könig der welt juhu wie mache ich jetzt die kopflos hier schlage ich bin auch das die kopflos genau so ich bin doof so leute kommt mal hier was was war das denn wo kam das her nein 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 wo kam das her wo kam denn jetzt dieser windstoß her ich hab mich von cool gefühlt da oben was für ne arschloch renn du schaffst das auch ohne mich es sind schon wieder jigglypuff also wir sind echt die beiden immer im finale rot und orange die beiden Farben jetzt steckt er fest komm ich helfe dir ich werfe eine bombe wieso funktioniert mein zeug nie ich will auch noch was werfen mein zeug funktioniert nie guck mal das landet immer irgendwo wo es nicht hin soll ich weiß nicht ob wie kann man das nicht mehr hinten renn du schaffst das du bist der renn renniger geht es nicht aber die bringen sich gegenseitig finde ich super ah nein oh nein wir müssen noch eine runde spielen ich glaube renn hat es diesmal verkackt oh wobei jetzt geht es darum wer am schnellsten paddelt oder was ist das wirklich mit dem schlagen sozusagen also dass man die schlagknöpfe nehmen muss um zu paddeln oder ok wir haben verloren noch eine runde renn du schaffst das auch wenn ich nicht auf keine Hilfe bin du musst jigglypuff ausschalten genau jigglypuff du musst weg jigglypuff du scheiße ich seh nix was oh warte mal na was wie unfair war das bitteschön wieso geht da einfach was auf ist jetzt mal ein paar waren schon wieder aufstellen oder so ich bin ein scheiß team members tut mir leid was hast du denn da eine tablette gefunden zäpfchen was ist das das ist alter ist echt so ne okay es könnte pizzi cat kann es nicht schaffen genau aber es ist echt schwierig oh alter pizzi cat pizzi cat hat es halt voll drauf oh oh ach da oben ist auch noch einer ja weiß ich werde weggewählt wenn ich da oben bin das ist der hase den ich versucht habe umzubringen es hat sich da ganz oben manövriert okay pizzi cat versucht jetzt wieder sein bestes da unten tschüss tschüss war wohl falscher hase was machst du ren nicht übermütig werden wir haben zwar einen punkt vorsprung aber jetzt übertreibs nicht ich sag noch nicht übermütig werden jetzt fühlt er sich natürlich jetzt echt cool ne da vorne jetzt springt er sogar absichtlich in sowas oder wurde erschlagen äh was hä okay das war jetzt komisch wurde er von einem gegenstand erschlagen aber wir trotzdem die gewinnen trotzdem wir sind ein kleines bisschen also ein kleines bisschen weiter was doch hä ich hab nix gesagt victory ja nice super yay ja ich bin ich bin der größte hier guck mal ich war so toll habt ihr gesehen wie toll ich war das war's aber für heute ich bin schon wieder über überlänge wir sind schon wieder bei fast 28 minuten ich habe heute leider nicht so viel zeit ich bedanke mich fürs zusehen und hoffe dass es euch gefallen hat zeigt es mir in Form von Bewertungen und Kommentaren bis zum nächsten Mal bei Party Animals oder bei einem anderen Spiel Ciao